Hallo, ich grüße euch. Ich habe heute mal ein anderes Video vorbereitet und zwar geht es in diesem Video um Grafik und Animation Anno 2018 und hier wollte ich euch einfach ein paar Szenen von Spielen zeigen, was Grafik im Jahr 2018 bedeutet, was Polygone bedeutet, wie die Spiele aktuell aussehen und ich glaube ich habe da ein paar Beispiele gefunden von guter Grafik und die werde ich euch jetzt in diesen kurzen Clips mit Originalton zeigen. Viel Spaß dabei! Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht ihr drin? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du solltest den Typ suchen. Wir haben Dinge für ein paar Sachen genommen. Wir erwarten, wir erwarten, wir erwarten, wir erwarten, wir erwarten. Wir erwarten, wir erwarten, wir erwarten. Wenn die von uns wurde, wir überwarten. Wenn die Kommunikation zerfiel, die Tränen stoppen und die Internet fiel, wir überwarten. Wir überwarten. Aber wenn die Pharmacien zerfielten und die Krankenhäuser zerfielten, Asthma wurde verletzt. Und mit kein Polizern, um dich zu schützen. Hast du eine Brücke? Hast du eine Brücke? Hast du eine Brücke? Hast du eine Brücke? Einige überwarten. Wir sind eine Rezillierte Spezies. Wenn unsere Gesellschaft zerfielten, wir gefunden haben, wo wir weitergehen können. Und jetzt, für das erste Mal in die Jahrzehnte, was wir wollen, ist auch wirklich was wir brauchen. In der Lage von Disaster, wir helfen uns. Wir haben uns. Wir haben neue Gemeinschaft in den Ruinen von der Vergangenheit. Wir verabschieden. Wir leben. Wir leben. Wir haben eine neue Normale. Aber es gibt auch diejenigen, die nichts zu bauen. nichts zu machen, Hienas. Hienas, die auf den Weakken haben. Sie haben unsere Welt gesehen gemacht. Wir sind einsamer. Sie sind unsere Verteidigung und unsere Lichter. Aber wenn die Licht rauskommt... Wer kann uns dann retten? Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein. Oh, gute Nachricht! Ich komme bald nach Hause! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein. Und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir tausend Küsse. Tschüss, Baby! Die Betäubung wirkt nicht! Doch, Tutsi! Sonst hätte das Fichtiger längst den Kopf zerrissen. Doch, beeil dich! Scheiße! Dich, verdammt! Sie kommen! Ich bin nicht so weit! Was machst du denn? Was machst du denn? Wir hauen ab! Los geht's! Los! Abrechen! Abrechen! Los, los, los! Einen an! Einen an! Kommt los jetzt! Los! Hey! Hey! Ah! Schön! Fällt mir wirklich gut! Fällt mir wirklich gut! In den letzten Jahren einfach besser geworden ist und einfach super aussieht! Ich bedanke mich fürs Zuschauen und grüß' bis dann! Tschüss! Ich bedanke mich! Ich bedanke mich! Nack audiobook! None!